Eins, zwei, drei! Oh nein! Radisschen! Ich mag kein Radisschen. Evi, du magst gar nichts. Hallo ihr lieben beiden, ist doch das Oktoberfest, oder? Also haben wir eine ganz besondere Challenge für euch. Aber bevor wir anfangen... So ist es richtig und die Prinzessin ist sehr lecker. Ich habe extra für euch einen Dindel angezogen. Und ihr wollt mir bestimmt nicht einfach beim Frezel-Essen zugucken. Also macht mir ruhig eine Oktoberfest vs. Candy Food Challenge! Aber bevor wir anfangen, haben wir noch einen Challenge für euch. Auf diesen drei Sekunden, den Daumen nach oben schlagen, die Glocken zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Obtoga oder so in die Kommentare. Und wenn ihr nicht kranken könnt, macht einen Pret-Remote in die Kommentare. Und jetzt esse ich mal los. Quatsch, komm mit ihr Lieben, wir gehen jetzt ins Studio. So, ich habe jetzt noch die Mama dabei. Und jetzt können wir ehrlich gesagt loslegen. Hier steht ja schon die erste Runde. Ey, was? Papa hat sich hier ganz viel Mühe gegeben. Ich bin mal gespannt, was er uns gezaubert hat. Okay, machen wir Schere, Stein, Papier? Ja. Schere, Stein, Papier! Okay, ich darf auch so. Okay. Mal schauen. Bei der Switch Up Challenge darf man wenigstens immer mal drunter gucken und dann entscheiden. Ich glaube, ich will behalten. Du wirst behalten? Ja. Ich rieche auch gar nichts. Okay. Okay. Eins, zwei, drei! Was ist jetzt das echte Wurst? Mh, Masha, warte. Das sieht ziemlich gleich aus. Ich habe das mal zu fahren, glaube ich. Ja. Ich habe, glaube ich, das echte... Kann ich mal probieren? Weißt du, was das ist? Ha? Das ist eine Weißwurst. Und glaubt ihr es mir, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Weißwürste gegessen. Ich glaube, da muss man die Haut abziehen. Es kann ja wohl sein, dass man das nicht muss und ich mich jetzt hier zum Affen mache. Oh, Marzipan. Marzipan? Okay. Ja, das hier ist die echte. Warte. Tada! Warum habe ich das mit den Fingern gemacht? Okay. Wahrscheinlich, weil kein Besteck dabei war. So. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wie man Weißwürste isst. Wir sind aus Hessen. Und hier wird das nicht so gegessen. Ich glaube, das ist schon was ziemlich bayerisches. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon mal eine Weißwürste gegessen habt. Also ich nicht. Oh doch, oh doch. Ich habe schon mal eine Weißwürste gegessen. Mh, das ist lecker. Ich habe eine Marzipan-Weißwürste gegessen. Wisst ihr was? Das ist lecker und mit Senf bestimmt tierisch lecker. Mh. Tada! Die nächste Runde. Ob ich schon mal kann riechen darf? Ne, ne? Doch. Da riecht man nichts drunter. Oh, jetzt. Okay. Hier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Batsch. Oh. Oh. Okay. Ich darf aussuchen. Ich kann nichts. Warum riechtst du das? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht riecht es unter deinem. Ich tausche. Ich tausche einfach, damit ich nicht das Gefühl habe, ich habe mir eine Chance entgehen lassen. Und ich gewinne ja nicht so oft bei Schere, Stein, Papier. Okay. Dann. Eins, zwei, drei. Nein. Ich habe Käse. Du hast Käse. Aber besser als Käse. Dann lass uns mal probieren. Mh. Schmeckt nicht so lecker. Mh. Mh. Nicht so gut. Du magst nur Mozzarella-Käse. Vielleicht. Mh. Ich habe auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Das kann auch probieren. Mh. Mh. Du darfst mal fertig essen. Wir lassen uns jetzt die nächste Runde bringen. Aha. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben hier die nächste Runde. Ich wusste gerade gar nicht, was du machst. Du machst. Hä? Ah. Okay. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay. Was machst du? Ich glaube, ich tausche. Du hast getauscht, dass du lecker lecker bekommen. Also will ich lecker lecker bekommen. Soll ich mal nicht? Willst du nicht erst mal riechen? Nein, gar nicht nix riechen. Niemand riecht wirklich nix. Okay, na dann tausch. Okay. Oh Mann. Das müssen beide schwer sein. Okay. Ich bin auch nur ein bisschen nervös. Dein Spiegel sehe ich so komisch aus. Deswegen wach ich da und so. Ihr seht doch unsere ganze Beleuchtung hier ganz toll. Wir sitzen hier heller leuchtet im Studio. Aber das ist egal. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Zählen und öffnen. Eins. Warum müssen wir das eigentlich? Ja. Keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Oh nein. Oh nein. Radieschen. Ich mag keine Radieschen. Ey, wie du magst gar nix. Okay. Durch diese Food Challenges probierst du wenigstens zwischendurch immer mal was anderes. Hm. Du hast du nicht mal abgebissen. Okay, okay. Ich kann nicht schnallen. Ich schneide dir ein Stück ab. Hm. Geht's lecker? Nee. Nee. Das war das größte Stück Radieschen jemals. Okay. Ich esse das. Radieschen ist nämlich eigentlich sehr lecker. Also ich mag keine Radieschen. Sollte ich sagen warum? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich will dich meine Lieblingsfarbe essen. Ach ja. Ach ja. Es ist so lecker. Das nächste Mal wenn du pinke Zuckerwatte willst sage ich Ava das geht jetzt gar nicht. Du willst ja nicht deine Lieblings... Dann nehme ich blau. Ah okay. Sehr für alles ne Antwort. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass mein Radieschen genauso geschmeckt hat wie mein Käse. Es spielt alles gleichsinn. Alles einszipal. Nächste Runde! Nächste Runde. Neue Runde. Neues Glück. Dum-dum-dum! Dum-dummm! Die neue Runde ist da. Soll ich wieder riechen? Will ilk?... Vielleicht kann ich mal so.... Oder ist es dann? geschummelt okay also dann nütze ich nicht an und rieche aber wir machen schere steinpapier letztes mal habe ich getauscht keine ich behalte was auch immer du möchtest ja es liegt auf das muss ich euch mal von ganz nah wenn ich das mal habe ich die hände voller senf hier das sieht wirklich sehr ähnlich aus aber ich nehme an das ist marzipan und das ist echt okay ich muss jetzt kuren sein zu der weißwurst wäre das ja lecker gewesen so hat sich mein papa dabei gedacht das zu teilen das hätte auch bei dir landen können eigentlich mag ich selbst mit würstchen aber würstchen ohne senf nur sehr wollen wir mal gucken was es als nächstes gibt meinst du es gibt noch eine schlimme überraschung mal schauen wie du bekommst nein das wissen wir ja nicht warum soll ich die immer bekommen weil ich erwachsen bin genau du meinst ich bin leid gewöhnt ja 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 okay wir lassen uns die nächste runde bringen und dann schauen wir mal wer hier leiden muss au nächste runde schere steinpapier schere steinpapier schere steinpapier schere steinpapier oh nein schere steinpapier ja ich tausche okay eins zwei drei was haben wir ich habe schinken ich esse jetzt ein bisschen schinken doch nicht so ein großes stück mein schatz und lecker lecker ich glaube das soll eher bauchfleisch sein als schinken aber ich habe schinken bekommen was kann ich tun lecker dann schauen wir mal was noch so auf uns zukommt lecker schere steinpapier schere steinpapier schere steinpapier dann 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 dieses mal dieses mal habe ich keine ahnung was ich machen soll man riecht nix aber ich denke da kann doch mal irgendwas drunter sein was so sehr stinkt dass man es trotz des metalldeckels riecht aber nein ich behalte das so da hast du es okay das heißt es ich habe eigentlich nur es gemacht ach so sie hat gar nichts gemacht das stimmt okay einmal essen eins, zwei, drei brezel uh brezel ein und das jetzt auf den schinkengeschmack ich hätte besser mal getauscht oh mhm 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 nazifahne und schinken mhm mhm keine gute geschmacks mhm 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 Aber hier geht es noch weiter, könnt ihr es glauben. Boah. Boah, ich esse viel. Hast du Hunger? Ich habe ein bisschen Senf für dich, wenn du möchtest. Ich habe immer noch einen Azucan-Geschmack im Mund. Okay. Schere, Stein. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Oh nein. Lass mich mal an deinem riechen, bitte. Ich rieche nichts und ich habe Schnupfen. Cool. Deswegen rieche ich eh nichts. Wie war das vorhin? Als ich nicht getauscht habe, oder habe ich getauscht? Ich weiß schon gar nicht mehr, ich weiß bloß, Marzipan auf Schinken war eklig. Ich tausche. Nein. Ich räume hier zeitlich ab. Ich will nicht, dass du tauscht. Bitte. Bitte. Weißt du, was da drunter ist? Nein, habe ich gewiss. Ich habe nur das Gefühl. Okay, ich tausche trotzdem. Eins. Achso, nee, warte. Eins. Zwei. Drei. Oh, was ist das? Asianudeln, was hat das denn bitte mit dem Oktoberfest zu tun? Nice. Ich hatte Angst, dass ich irgendwas Ekliges bekomme. Bei dir sind Garnelen drin, glaube ich. Candy-Srims. Candy-Srims. Ich ziehe es mir nicht aus. Fech gehabt, meins geht ganz einfach auf. Das sieht wenig appetitlich aus. Okay, warte. Ich mache es auf meinen Teller. Ja, mach du das mal auf deinen Teller. Eigentlich mag ich Asia-Essen, aber das sieht halt nur nicht so gut aus. Aber wirklich, warum hast du es denn mit dem Oktoberfest zu tun? Keine Ahnung, aber es mag nicht so appetitlich aussehen, aber es schmeckt lecker. Was sind die Dinger? Da ist nichts. Mami. Au. Au. Das war jetzt auch unsere letzte Runde, während Ava hier ihre Candy-Noodles isst. Und ich meine Thai-Noodeln. Würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Wir würden uns unheimlich über einen Daumen nach oben freuen. Hier unten findet ihr noch zwei Videos von uns, die ihr euch auch anschauen könnt. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.